Herzlich Willkommen bei Chef in der Woods. Schön seid ihr diese Woche wieder hier. Ich freue mich riesig, heute etwas zu starten. Daher die Fußball-Europameisterschaft vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, wieso nicht. Ich packe das Rezept aus von Grill'n'Chill Barbecue & Lifestyle. Verlinke ich euch hier. Die Burger-Käse-Sonne. Jetzt, ob wir alle ein bisschen wieder zusammen sein dürfen, passt das perfekt. Gemütlicher Fußballabend, ein paar Burger dazu. Was gibt es Besseres? Was wir dazu alles brauchen, wie das am Ende aussieht, wie es am Ende schmeckt. Vor allem, das seht ihr jetzt. Bleibt unbedingt dran. Wieder mal ganz klar, der Hauptdarsteller, das Fleisch. Da habe ich mich entschieden für Hand-Selected Swiss Beef Hackfleisch. Das habe ich gekauft bei Luma Delikatessen. Da brauchen wir ungefähr 1,2 Kilo. Das sind es auch. Dann brauchen wir etwas Gartenfrisch und Salat. Hier beim Bäcker habe ich extra schöne Brötchen anfertigen lassen. Acht Stück. Ich weiß nicht, ob wir da acht brauchen. Schauen wir mal. Zum Thema bezogen, Fußball natürlich. Dann brauchen wir Speck. Den geben wir auch mit darüber. Wir brauchen zwei Zwiebeln. Insgesamt eine in dünne, dünne Würfel geschnitten. Mit dem binden wir das Fleisch. Die andere in dünne Scheiben geschnitten. Respektive in dünne Ringe. Hier Monterossa Tomaten. Ganz, ganz geile Tomaten. Sind das vollwertigen Geschmack. Ich liebe die. Vor allem sind sie schön groß. Da brauchen wir bestimmt zwei Stück. Auch in dünne Streifen. Ich habe hier 300 Gramm wieder Tex-Mex-Mischung. Den schmelzen wir sehr schön langsam und geben den als Spezialsoße quasi darüber. Als Burgersauce, die müsst ihr unbedingt probieren. Da bleibe ich dem Originalrezept getreu. Die Mississippi Burgersauce, die kriegt ihr bei der Grillbude.ch. Schaut da mal vorbei. Ganz, ganz geile Sachen gibt es da. Unbedingt reinschauen. Die Soße übrigens nur zu empfehlen. Geil. Ja, wir legen los. Dann geben wir unser schönes Hackfleisch hier in die Schüssel rein. Darüber unsere fein gehackten Zwiebeln. Dann mischen wir das einmal so richtig schön durch, bis es zu einer einigen Masse gekommen ist. Eigenen Masse geworden ist. Dafür habe ich mir extra schöne Handschuhe angezogen. Wir lassen das für ungefähr 15 Minuten ein bisschen ziehen und gehen dann schon auf den Grill damit. In der Zwischenzeit schneiden wir die Monterossa Tomaten. Seht euch diese Tomate an. Ohne Scheiss. Das ist eine Tomate. Wir machen das mit zwei Tomaten. Wie es halt so ist mit Zwiebeln. Man sieht leider nicht von Anfang an rein. Dieser Teil war nicht mehr so gut. Dann schneiden wir die einfach in dünne Streifen und legen die zur Seite. Unser schöner Salat hier hinten. Ich schneide mal vorsichtig mit dem Messer hier rein. Dann nehme ich hier schön ganze Blätter nehme ich hier gleich. Drei, sechs. Da sieht man wie frisch das Ganze ist. Die muss ich noch schnell waschen. Nach getaner Arbeit habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blatt Salat. Ich glaube das sollte reichen. Den Rest nehme ich mit bei Hause. Dann mache ich mir heute Abend einen geilen Salat davon. Yes. Ja in Zwischenzeit schöne 20 Minuten, Viertelstunde vergangen. Unser Fleisch hier. Piet hatte damals so einen schönen Pizza, ja wie sagt man dem, Pizzabrett, Pizzaspachtel, wie auch immer ihr dem sagen wollt. Würde wahrscheinlich ein bisschen besser gehen. Konnte ich leider nicht mehr so organisieren. Sollte aber auch auf meine Weise gehen. Wichtig ist nur, dass es alles schön zusammenhält. Ja ich habe jetzt hier die Planche aufgewärmt. Das Fleisch habe ich da ein bisschen geölt. Ich zeige euch das schnell. Ich hoffe man sieht das. Ich habe da ein bisschen Olivenöl rübergegeben. Man könnte da auch, was auch immer, Rapsöl, was ihr da wollt. Ich werde jetzt dann gleich die Planche hier auf das Fleisch stürzen. Das Ganze mit dem Brett umdrehen. Ich versuche das schön rund zu behalten. Ja Freunde, leider hat es nicht ganz ganz so geklappt. Jedoch konnte ich das sehr gut reparieren hier. Wir lassen das jetzt für rund fünf Minuten, denke ich. Ich hole mal gleich den Speck rüber. Mache ich in der Mitte ein bisschen Speck warm. Geben das dann zur Seite. Ich freue mich wirklich. Nach bereits ca. 40 Sekunden kann man den Specken mehr, kann man den Speck einmal wenden. Den Käse habe ich hier ein bisschen indirekt gestellt. Der kann da schön schmelzen. Wir drehen das jetzt. Es war auch dieselbe als wie vorher. Es wurde ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Dazu kommt, ich habe mir ein Öl über meinen Oberkörper geleert, als ich das gedreht habe. Ihr seht das danach. Ja, ihr seht, ich habe das schon vorbereitet. Hier sind insgesamt fünf geworden. Ich habe da ein bisschen Salat, Tomate drauf gemacht. Die Brötchen habe ich zuerst ein bisschen angeröst. Da gebe ich jetzt ein bisschen von unserer Burgersauce darüber. Ja, wie ihr hier sehen könnt, es ist mir leider leider auseinander gefallen. Wir können das auch einfach hier oben drauf zusammensetzen. Geben wir hier noch ein bisschen Soße darüber. Da habe ich hier unsere schöne Zwiebeln, unsere schönen Zwiebeln. Dazu natürlich noch unser Bacon. Geben wir hier einfach oben drüber. So, Deckel drauf. Ich hole den Käse und weiter geht's. Wir schneiden das jetzt hier einfach einmal runter. Seht euch das an. Geil. Jetzt probiere ich das mit dem Käse. Ich habe das mal gesehen. Piet hat das auch gemacht. Gibt den quasi oben drüber. Sehr, sehr heiß mit dem Käse. Aber wunder, wunderbar. Sehr gut. Das Fleisch noch schön saftig. Die Tomaten geben auch einen wunderbaren Saft ab. Probiert das aus. Hier sieht man meine Verbrennung. Scheiße gelaufen. Wie immer halt. Ja, ich bleibe hier. Ich heisse weiter. Was ihr macht. Ihr schreibt in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Lasst ein Like da. Hier. Abonniert meinen Kanal. Hier. Hier lasse ich einen Remake Saturday. Und hier seht ihr was über Burger. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.